Frau Kummer, bei der Firma Holzkern ist der Name Programm, denke ich mir mal. Genau, weil unsere Uhren, also der Kern unserer Uhren ist aus Holz und unsere Uhren sind aus verschiedenen Hölzern verarbeitet, von Walnuss bis Ahorn, Amaranth. Was auch besonders ist an unseren Uhren, dass sie nicht nur aus Holz sind, sondern auch aus Edelstein und Leder. Wir haben, ich zeige Ihnen mal eine unserer Favoriten aus der Emotion-Kollektion, die Uhr Gelassenheit, die ist jetzt aus Amaranth. Was halt schön ist an den Uhren, dass die so extrem leicht sind und die fühlen sich so warm an. Das würde ich sehen und fühlen. Sehr leicht. Ja, das ist ja das Schöne. Die würde ich sprengen wahrscheinlich. Schauen Sie mir jetzt mal lieber so an. Ja, schön. Und jetzt nochmal zu den Materialien. Das ist jetzt praktisch Holz. Genau, Amaranth. Und die Ziffernblätter, Gold oder? Das ist jetzt auch aus Amaranth. Wir haben also das Ziffernblatt. Wir haben aber auch Uhren, da ist das Ziffernblatt aus Rosenquarz oder aus Amazonid. Das ist ja das Besondere an unseren Uhren, dass da jetzt auch Edelsteine verarbeitet sind oder auch Marmor. Was sprecht ihr denn für eine Zielgruppe an mit diesen Uhren? Das ist das Schöne an unseren Uhren. Wir haben sie also auch im Einzelhandel bei uns und von jung bis alt eigentlich alles Mögliche, da sie so vielfältig sind. Die wäre jetzt im Verkauf für 129. Auch noch ganz günstig. Ja, also das sind die aus der Kollektion, sind die mit den Edelsteinen. Jetzt würden mich natürlich auch die Männer Uhren interessieren. Klar, die kann ich auch gerne zeigen. Also das ist jetzt einer unserer Favoriten aus der Männerkollektion, die Waldlaufkollektion. Da sind verschiedene Hölzer verarbeitet im Gehäuse und die Armbänder sind aus Leder. Sie können sogar mal in die Hand nehmen. Auch sehr leicht, fällt mir jetzt auch. Und halt einfach, weil es für die Herren ist, breiter, maskuliner halt für die Herren eben. Also nicht so zierlich wie die Damenkollektion. Das ist jetzt ein Gehäuse aus Walnuss und das Band aus Bronne mit Echtleder. Schon ein ganz eigener Stil auch. Was halt schön ist, dass man immer so ein Stück Natur am Handgelenk hat. Und das ist eigentlich auch unsere Message. Wir wollen nämlich vor allem in der heutigen Zeit, dass man sich daran erinnert, eine kurze Pause einzulegen, für die Natur auch. Also nicht in seinem ständigen Wandel zu sein. Was noch erwähnenswert ist, dass vom Umsatz unserer Holzuhren drei Prozent dafür verwertet werden, für den Wiederaufbau oder Wiederaufforstung unserer Wälder sozusagen. Genau. Also das ist auch ein Ziel von Holzkern, dass wir uns auch mit der Natur verbinden und auch für die Natur was Gutes tun. Eine abschließende Frage, ihr seid ja Messe-Neuling. Genau. Wie läuft es für euch bisher so? Also wir dachten eher, dass es so ein wenig zäher laufen würde, weil wir Messe-Neulinge sind. Aber der erste Tag ist sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben viele neue Kontakte geknüpft. Genau. Also besser als wir dachten. Dann hoffe ich, dass es so weiter geht. Danke. Brut zurück. Dankeschön. Und tschüss. Ja, tschüss. Danke.